Bis einen Tag vor Weihnachten musste Gabriel Clemens warten, um sein Auftaktmatch bei der Darts-WM 2022 zu bestreiten. Und das lange Zuschauen vor dem TV scheint Gaga nicht geschadet zu haben. Bereits in Satz Nummer 1 ist der German Giant gegen Louis Williams hellwach, gewinnt diesen souverän per Doppel-16 mit 3 zu 0. Auch in Durchgang 2 hat der Deutsche seine Nerven weiterhin im Griff, allerdings wird es deutlich enger. Sein 143er Finish zum 1 zu 1, allerdings ein echtes Highlight. Williams dann beim Stand von 2 zu 2 sogar mit der Chance auf den Satzausgleich. Doch diesen verpasst der Engländer, Clemens jedoch im Anschluss sofort da. Das 54er Finish per Doppel-10 abgeschlossen. Seine Doppelquote am Ende bei starken 56 Prozent. Satz Nummer 3 spielt Clemens im Stile eines Topspielers runter, ist in den entscheidenden Situationen immer hellwach. Das 87er Finish mit Triple-17 und Doppel-18 vom Brett genommen. Damit bleibt Gabriel Clemens auch über Weihnachten der Insel erhalten und trifft dann am 27. Dezember auf den Weltranglisten 8. Johnny Clayton. Die Darts-WM sehen Sie dann wieder live, täglich im TV und im Livestream auf sport1.de.